Wir sagen immer, das große Ziel muss sein 100% Bio in Österreich. Das ist ein hehres Ziel, aber da haben wir eine große Vision. Mit einem gesunden Boden kannst du gesunde Produkte produzieren. Lebensmittel, die sich selber wieder wehren, die sich selber schützen gegen Krankheiten, gegen Schädlinge und die diese Schutzstoffe uns ja dann auch zur Verfügung stellen. Das Schöne für mich ist, dass meine Eltern einen gesunden Boden mit starken Wurzeln mir übergeben haben. Und wenn die Wurzeln stark sind, dann ist auch alles stark, was daraus entsteht. Und diese Wurzeln heißen einfach 100% Bio und genau diesen Weg will ich auch weitergehen. . . Vielen Dank. In Wahrheit geht es um so viel mehr als nur um ein erfolgreiches Unternehmen. Es geht um das große Ganze. Es geht um ein enkeltaugliches Österreich. Dass unsere Kinder und unsere Enkelkinder einmal eine Natur und eine Umwelt vorfinden, wie es wir vorgefunden haben. Das ist unsere große Vision. Das ist unsere große Vision. Das ist unsere große Vision. Das ist unsere große Vision.